Du trittst ja heute bei unserer Energy Music Tour auf. Ja, also, freust du dich am meisten auf ein Live-Konzert oder drehst du lieber ein Video? Wie ist das? Also, ich finde alles cool. Eine Kombination ist natürlich immer das Beste, wenn man das alles haben kann. Aber hier bei Energy ist es immer richtig cool und ich freue mich wieder auf so viele Menschen und so viel Energie auf jeden Fall. Und was für Musik hörst du privat? Ein bisschen von allem. Also, ich habe jetzt heute Morgen ein bisschen Snoop Dogg gehört, mit Banks auch ein bisschen. Und auch Mom5. Also, es gibt ein bisschen alles, ja. Hängt von dem Mood ab. Okay. Und du bist ja auch schon viel in der Welt rumgekommen, bist in Barcelona geboren, hast in Tokio gelebt. Wo fühlst du dich denn am wohlsten? Also, ich fühle mich immer noch am wohlsten in Barcelona. Ich habe auch dort am meisten gewohnt von meinem Leben. Aber jetzt finde ich auch mein zweites Zuhause ein bisschen hier in Berlin. Also, das ist auch sehr, sehr cool. Wo trifft man dich denn in deiner Freizeit? Vielleicht privat? Willst du uns da was verraten, wo dich deine Fans vielleicht treffen? Also, gerade ist nicht viel Zeit für privat. Also, ich bin jetzt eher unterwegs und wenn dann auch hier dann vielleicht am Proben oder so. Ja, also, ich wohne in der Köln, aber nichts mehr. Dann wissen wir jetzt schon genug. Danke dir. Danke dir. Hits Music Only 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 Hits Music Only